Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Darkwave 2 zurück in die Master League, heute im PvP. Oh, das erste Mal, dass heute jemand Goodlucky Fun schreibt. Ungewöhnlich. Und du hier hin und du dorthin. Und da gucken wir nicht weiter, was wir so machen. Ohne Wüstchen. Ähm, das ist schon mal ganz schön schlecht. So machen leider. War dadurch auch sehr spät. Ganz normal. Gas klauen können wir nicht. Wollen wir mal das zweite geht. Ah, es ist echt doof, wie ich das hier gebaut habe. Kann ich denn das sagen, dass wir Krone wussten sogar noch mal. Hier ist mein Cybercore halt echt sau spät. Ich will sogar mein Gas klauen können, hat er nicht gemacht. Aber ich hab's anders überlegt, machen wir das mal schnell noch mal so. Hier ist wirklich deutlich schneller, was das angeht. Und das ist dann zweites geht, wenn wir so spät. Okay. Ja, lass mal durchkommen. Komm, gehen wir auf Bling. Komm, gehen wir auf Bling. So, nochmal ändern. Aber dafür kann ich jetzt... Es ist nicht ausgreifend, mein Bild. Weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. So. Ihr benötigt mehr Wispin Gas. Ihr benötigt mehr Wispin Gas. Ihr benötigt mehr Wispin Gas. Ihr benötigt mehr Wispin... Ich bin hier in die Schatten. Ich bin hier in die Schatten. Ich bin hier in... Nicht genügend Energie. So. Forschung abgeschlossen. er weiß bescheid wobei es nicht natürlich doch jetzt wohl natürlich sind meine stalker wieder zurückgekommen Wir haben nicht genügend Mineralien. Wir haben nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Kann jetzt mal blink durch werden. Wir haben nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. 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 Wir müssen zusätzliche Blumen bauen. Hallo blink doch. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Da war ich viel zu spät. Man könnte meinen ich hatte kein Bild. Ich habe auch echt wenig Arbeiter gehabt. Hat ganz schön früh Worker gecutt. Man hat ja nicht viel mehr Worker als ich. Ich bin hier. Ich bin hier. Naja. Gut. Nächstes Spiel. Wenn es denn mal endlich kommt. Aber offensichtlich finden wir jetzt keine Partie mehr. Na komm. Gib mir doch ein Spielchen. schön. Tja. Offensichtlich keine Partie. Doch. Da ist eine. Das ist doch mal was. PVZ. Auf Schattenlicht. Wo Licht ist. Ist auch Schatten. Wo Licht ist. Oder wo Schatten ist. Ist auch Licht. So rum glaube ich. Wo Licht ist. Ist auch Schatten. Stimmt nicht unbedingt. Weil. Muss ja irgendwas anderes auch da sein. Was Schatten wirft. Dagegen. Wenn ein Schatten da ist. Muss auch irgendwo Licht sein. Weil sonst kann es ja kein Schatten geben. Ah. Philosophisch. Philosophisch. Ich hab eigentlich Lust ein bisschen zu Kennenrushen. Wenn ich ehrlich bin. Aber. Das machen wir jetzt nicht. Vielleicht wenn wir nochmal ins Circle kommen. Wir spielen. Ach komm was solls. Ich hab so viel Cheese bei Hasen gesehen. Ich hab den Chronobus macht man nicht. Äh. Du fährst einmal nach vorne. Wo macht man denn das auf dieser Map wohl. Geht das hier nicht gerade. Ja. Er hat schon verkackt. Geht das hier nicht gerade. Geht ja auf dieser Map überhaupt nicht. Na ja. Wir sind aber nicht so weit hinten. Er hat ziemlich viel gefüllt. Und wir haben nur ein Pilot verloren. Den. Ich hätte übrigens canceln sollen. Habe ich aber nicht getan. Habe ich aber nicht getan. Ja. 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 Du wirst du so weit. Ja. Hanf. Ja. Ja. trotz bauern hallo reiner kaum selber qualität für dich Ich will mir keine Püffel bei ihm. Er irritiert mich ein bisschen. Wenig Wacker. Das kommt mir doch alles ein bisschen spanisch vor. Ich will trotzdem die Sentry haben. Keine dritte. Ja, Exekutor. Por Sala. Wo mitten. Kein Leertag. Aber weiter gingen. Dimensionalstränge abgestimmt. Kein Leertag. troll. Ich kann euch helfen. Wir dürfen. Teitel und celeide. Geht jetzt los? hast du dich doch noch eingebaut ja und nun was wird das nun bündelt das licht leider hat er dann doch mit dem bild das gehört den pfeil und das lautet genau spät exekutor Vorwärts. Nur die Gläubigen. Ja. Ja. Die Kanzler. Rücken vor. Immer noch fein gehört wird. Nee, kommen wir noch nicht. Das ist ja nicht genau, was wir so richtig hier haben wollen. Ja. Wie streng er jetzt schon. Wo bleibt denn mein... Gas. Ich hab doch ganz viel Gas. Ihr habt nicht gelübt Mineralien. So begegnen wir unserem Schicksal. Wie klar Rauch ist. Na, siektal. Ihr habt mich... Mein Leben für Ajur. Kasar. Wir sind die Klingen. Mineralienfeld erschöpft. So. Ich will mir natürlich jetzt nicht zu lange Zeit lassen. Guckt ihr mal mit. Guckt ihr mal mit. Ihr benötigt mehr des Pingas. Wir pfuschen gleich sobald sie letztendlich spürt ist. Jetzt aber. So. Die Verschwebsung ist abgeschlossen. Mein Leben für Ajur. So. Hat auch geklappt. Brauchen wir doch gar kein Kenrush eigentlich. Damit will ich sagen. War es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts ist das Volkling. Und jetzt erst mal von mir. Und einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.